Tschüss. Tschüss. Bitte einfach mein Spruch hier klaut. See you later, Alegeta. Salut Megabyte LP! Du bist ja immer noch da. Ja, ich habe nur meine Zuschauer an Tschüss gesagt. Eure Zuschauer sind ja noch da. Das weiß ich. Oh, 20 Zuschauer wieder. Devin, geh mal jetzt bitte. Alles klar. Okay, tschau tschau. Tschüss. So, und ich frage mich jetzt, was ich machen soll, weil ich habe jetzt hier eine Kuh. Oh, warte, wie viele Eier hat er gelegt? Eins. Boah, du Geier, ey. Kannst du nicht mal ein bisschen mehr produzieren? Mann. Kannst du nicht ein bisschen mehr provozieren? Hallo, Rakamo. Salut. Ja, irgendwie geiert der voll rum. Und das Schaf zeigt mir gerade seinen Arsch. Hm. Verlockend. Alter, ich weiß nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt, gerade. Freunde, schreibt doch mal bitte rein, was ich gerade machen soll. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt echt machen soll. Ob ich eine Farm basteln soll. Ob ich eine Baumfarm machen soll. Eine Weizenfarm. Ich habe keine Ahnung. Oder ob ich rausgehen soll. Diamanten suchen. Was weiß ich. Schreibt doch mal rein, worüber ihr euch freuen würdet. Oder worauf ihr Lust habt. Was hat er eigentlich in meiner Höhle gemacht, Alter? Der hat irgendwo diese Dinger so komisch hingesetzt. Der kommt her, macht nur Scheiße und geht wieder. Ja. Jason, aber ihr baut schon... Also, ja, wie soll ich sagen... Habt ihr schon etwas Nützliches gemacht? Oder habt ihr jetzt eine Kacke gebaut? Ne, wir haben schon... Also, ich persönlich habe schon einiges hier zusammen gebastelt gekriegt. Auf jeden. Ja, du hast recht. Ähm... Ich sollte mal wirklich ein bisschen mehr lesen. Hallo, Eilis Jack! Hallo! Ich muss erstmal das ganze Spiel wieder lernen. Deswegen bin ich eher so auf das Spiel fokussiert. Dummerweise. Ich baue jetzt gerade mal eine Farm. Eine kleine Weizenfarm, sodass ich dann Tiere holen kann. Genau! Wir könnten mal den Patrick besuchen gehen. Dann müsstest du dir wirklich deine Koordinaten aufschreiben. Und dann könntest du mich besuchen kommen. Ja, stimmt. Warte mal. Ich schreibe mir gerade mal meine Koordinaten auf. Ein Lager wäre wichtig. Ein Lager, ja. Die wollen immer das im Lager bauen. Immer, ey. Ihr müsst doch eh nicht, dass das ausartet. Wieder mit so einem riesen Keller, Alter. Da warte ich auch noch bei mir, bis ich einen Lager baue. Aber ja, doch. Ihr habt recht. Dann könnte man anfangen mit sortieren und sowas. Das wäre eine gute Idee eigentlich. Also, minus 2, 2, 4. Dann 11. Und dann 2, 6, 2. 2, 6, 2. Okay, Koordinaten stehen. Such ein Dorf. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ne. So ein Dorf zu suchen. Also, 2 sagen gerade Lager bauen. Einer sagt Dorf suchen. Jason wohnt in einem Dorf. Er braucht keins mehr. Richtig. Such ein Dorf. Okay, doch jetzt ein Dorf. Alles klar. Du brauchst kein Dorf. Du brauchst eine komplette Metropole. Richtig. Also, 2 sagen, ich soll ein Dorf suchen. Such ein Tempel. Den werden wir hier nicht finden, leider. Also, 2 wollen ein Dorf suchen. Und 2 wollen, dass ich ein Lager baue. Ist jetzt ein bisschen doof, ne. Irgendeiner muss die Entscheidung treffen. Ich brauche eine Entscheidung. Dass wir mal wüssten könnten, was wir tun können. Ähm. Ich kann ja mal essen, essen, essen. Wo muss ich essen? Oh. Das wusste ich ja gar nicht mehr, dass auch, ähm, die Holzzäune sogar jetzt verschiedene Farben haben. Shit, das brauche ich Eichenholz. Kacke. Ja. Ja, man ist so. Okay. Wenn ich jetzt gerade richtig habe, dann heißt es, 3 Leute wollen ein Lager bauen. 2 Leute wollen ein Dorf. Deswegen, Jessen, würde ich dir echt die Seite empfehlen mit Strap holen. Hi, GamerTV. Und einer sagt, ich soll ein Cothaus suchen. Hm. Wird schwierig. Ein Cothaus? Ja. Ach, dann gehen wir Patrick besuchen. Ah. Ah. Okay. Läuft. Hab ich eigentlich, ähm, muss man gerade gucken, dass ich jetzt Eichenholz bekomme. Unbedingt. Ja, jetzt ist wieder Gleichstand. Das gibt's doch gar nicht. Dann machen wir einen Kompromiss, Freunde. Wir gehen jetzt raus, suchen ein bisschen, ein Dorf eventuell. Mit ein bisschen Glück könnten wir auch Dings noch finden. Warte mal, hab ich Eisen? Ja, hab ich. Dann mach ich mir noch nen Helm. Ja, das ist ne gute Idee. Wir werden auf jeden Fall dann unser Essen bisschen aufstocken. Und was machen wir noch? Ja, dann können wir auch noch ein bisschen, äh, das Lager anfangen. Ja, geh Patrick besuchen. Jetzt schon wieder Dorf. Okay, passt auf, wir machen das so. Wir gehen in Richtung Patrick. Ja. Ja. Und, ähm. Ja, pass bloß auf dich auf, ey. Nicht, dass du jetzt die wertvollsten Sachen holst und dann auf dem Weg stirbst. Nee, nee. Als ob ich sterbe, Digga. Ich bitte dich. Bleib mal real, okay? Was? Schlechte Nachrede. So, okay, 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 okay. Mach ich mal hier ne Kiste hin. Mach mal hier erstmal alles leer. Ja, so, zack, 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 zack. Ein paar wollen wir hier machen. Guck, wie schon sagte, dem ihn geht und schon hab ich einen Zuschauer. Ja, ist echt so, komisch. Zufall? Mh, nee. Hm. Wasser einmal nehm ich mal mit, man weiß ja nie. Fuck, den kann ich übereinander stapeln. Ein bisschen Kohle. Oh, ich hab ein Ei gehört. Jawoll. Du bist das Beste, was mir je passiert. Nein! Was? Ich hab das Huhn, also ich hab das Huhn nach außen geworfen. Fuck. Scheiße. Oh, geht's halt. Geh rein. Geh rein. Geh rein. Geh rein. Ja. Es ist drin. Okay. Alles klar. Läuft. Gut, okay, Patrick. Nenn mal deine Koordinaten. Ich schreib die kurz mal auf. Ah, ich dachte, der muss dann so sein Date. Mit dem hin sagt, er hört uns. Lüpp, lüpp. Nein, Teil macht sich unbeliebt. Nee, ich bin ein Dorf. Ich zähle mehr als die anderen. Ah, das ist nicht so wahr. Okay, Jessen. Ja? Wartung. Minus 1689. Ey, willst du mich verarschen oder so? 1689? Ja. Das wird eine lange, lange, lange U-Bahn-Strecke. Oh Mann. 1789? Als. 609. Ich muss jetzt mal sagen, du bist voll am Arsch, ey. Oh mein Gott. Wie soll ich denn da jemals ankommen, bitte? Problem ist, dass ich echt Bessen brauche schon. Oh, ich muss mal den, 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 den RAM immer wieder höher stellen. Ich sehe gerade, dass es nur auf 1000 ist. Das Spiel selber. Also auf dem Profil jetzt hier. Ich höre mich, das muss man ja auch noch machen. Ja, weil nur nämlich zu viel gebaut ist, dann fängt das nämlich langsam an zu ruckeln. Mal gucken, dass ich das so hochstelle nach dem Stream. Ja, muss ich auch machen. 4 GB reichen da völlig aus. Wie viel RAM hast du? 16. Gut, dann mach auch 4. 4 reichen dann völlig aus. Mach ich. So, nehme ich mal Essen mit und Party hart. Ich komme jetzt. Ordnung kommt. Ordnung wird ja später gemacht. Und wenn wir kommen. Gibt es Wodka? Oh, wenn wir kommen. Da bist du Opfer tot. So. Es ist hell. Es ist gut. Es ist sogar sehr, sehr gut. Ich muss unbedingt mal einen schöneren Eingang bauen. Das ist toll. Noch 5 Minuten ungefähr. Ich esse. Easy. Reicht mir. Reicht mir. Es ist Mittag. Naja. Warte mal. Ich muss dann in die Richtung oder was? Hä? Tür, Tür. In die Richtung muss ich. Okay. Easy. Dann gehen wir mal den Patrick besuchen. Patrick. Patrick. Ich fühle mich gerade wie Spongebob. Ich gehe Patrick besuchen. Da wohne ich nicht unter dem Stein. Ah, abwarten. Ja, du wirst schon sehen. Da siehst du gleich eine Prachtvilla. Ich weiß. Ja, 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 ja. Am Ende so wirklich ein riesengroßes Haus, ey. 50 Tiere. Alles da. Tiere habe ich wirklich alles hier. Deswegen bitte ich dich darum, kein Tier abzuschlachten. Nee, 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 nee. Ich heiße nicht. Ich mach doch nix. Weil die Tiere, weil ich sehe gerade, dass hier wirklich jedes einzelne Tier hier ist. Selbst sogar Schweine. Ja. Also Lama sogar. Wenn ich da hinkomme, da hast du sogar schon zwei Schweine da. Ja, ja, ja. Das ist ja auch. Komm anlassen. Komm anlassen. Boah, Alter, ist das hier eine geile Gegend. Und wie viele Schweine. Schön. Oh Gott. Jawoll. Ich stöte jetzt erstmal die Schweine. Du Schweine. Ach, shit. Noch drei Weizenkörner fehlen noch. Shit. Ja, wenn ich was hätte, würde es gegeben. Aber ich habe leider nichts. Nee, nee. Ich habe hier mehr als genug hier. Ich habe noch gar nicht wirklich gefarmt. Ah, okay. Stimmt, das kann ich auch mal machen. Ich kann unterwegs ein bisschen Weizen farmen. Also diese Samen hier da. Wäre auch eine Idee, ne? Du kannst ja dann einmal hier einen Baum mitnehmen. Hier gibt es nämlich Kiefer. Oh. Als es bei dir nicht gibt. Boah. Schaden kannst nie. Oh, dass wir dann alle von jeder Baum-Sorte etwas haben. Ja, ist so. Das ist auch mein Ziel. Schwarzbaum ist am schwersten. Den habe ich. Du hast Schwarzbaum? Scheiße, hätte ich was mitgebracht. Ja, kannst du. Oh, shit. Egal, wir wollen ja dann eh noch so einen U-Bahn-Tunnel dahin und dann passt das schon. Na, das wird noch dauern, bis wir da so weit sind. Ach, war es? Ich fange schon direkt an, ne? Ja, oder Freunde. Ihr könnt auch überlegen, ob wir einen U-Bahn-Tunnel zu Patrick rüber bauen, ne? Wäre auch eine Möglichkeit. Brauchst du gar nicht zu fragen, das machen wir sowieso. Ja, das machen wir schon auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt wann, ne? Ja, das ist jetzt nett. Ja, ich würde es schon anfangen. Mir wird es egal. Junge, erst mal, erst mal. Ja, du kannst es ja gerne machen, aber ich... Ja, ich sage ja, ich habe ja gesagt, dass ich das mache. Du brauchst nichts machen, Digga. Boah, wie viele Schweine hier sind, ey. Party! Das große Schwein wohnte im Haus hier. Definitiv. Ja! Oh, das Holz habe ich aber auch noch nicht. Kiefer, Kiefer, Kiefer. Ja, das ist Kiefer. Und noch eine andere Baumsorte. Dieser Desert-Baum. Ja, jetzt habe ich meine Axt vergessen. Das, ähm, Savanna. Oh! Nein, Ate, morgen streame ich nicht mehr. Ich streame nur am Wochenende. Also Samstag und Sonntag wahrscheinlich. Ja, das, das... Jeden Tag zu streamen, das wäre jetzt auch gar nicht wirklich möglich. Ja, ja. So, dann warte ich mal auf die Setzlinge hier. Wäre doch mal eine Idee. Hey, danke fürs Follow. Jetzt muss ich mal überlegen, was geht denn hier ab? Ich will verdabt nochmal die Samen haben von dem Baum. Äh, Setzlinge heißt die doch, oder? Egal. Ähm, wie... Welche Reihenfolge müsste ich eigentlich... ...ersatz machen? Äh... Ja. Was planst du denn bei dir Hartes? Oh Gott, was ne Gegend, Alter. Noch ein bisschen Weizen. So, laufe ich noch in deine Richtung. Ja! Uh, Kürbis! Kürbis! Sand könnte ich auch mal mitnehmen eigentlich. Warum habe ich keine Axt mitgenommen? Also das war ziemlich doof irgendwie. Aber naja. Ist ja normal, ne? Kürbis! Kürbis! Nice. Okay, okay, okay. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier sicher runterkommen. Ja. 609 war das, ne? Dann bin ich ja in der Richtung schon mal richtig. Warte mal. Das letzte 609, ja. 600... Ja, 609. Dann bist du in dieser Richtung. Okay. Dann finde ich dich. Easy. Ich muss auch nicht mehr allzu weit gehen, auch wenn es schon dunkel ist. Das ist ein bisschen scheiße jetzt. Ah, hilf. Egal, einfach der Sonne entgegenlaufen. Klappt schon. Der Sonne entgegen. Das Lied kenne ich noch nicht mal. Aber so ohne ein Talent hier wie ich bin, ist das kein Wunder. Ja, das ist die... Oh, da hinten sind Kühe. Trotzdem wäre es mal wichtiger, langsam bei dir anzukommen, weil es wird langsam auch ein bisschen gefährlich hier. Zack und hoch da. Also, minus 1600 bist du. Da fehlen ja noch 1000. Ja, Kühe. Ha, Kuhschubser. Jawoll. Und dickfett Leder. Wofür brauchte man nochmal Leder? Ach, da gibt es ein paar Sachen, ja. Bis auf Kleidung. Ah, Bücher zum Beispiel. Bücher. Ja, genau. Guten Appetit. Deswegen... Deswegen... Ähm... Bücher sind ja schon sehr witzig... Äh... Sehr wichtig. Unabtit. Oh, hier sind ein Hunde. Standard. Ich werde jetzt auch immer das Wichtigste machen nur irgendeinen anderen Schrott, ey. Ich wollte noch so viel machen, aber irgendwie habe ich nichts gemacht davon. Oh, hier sind Riesenpilze. Cool. Aber so ein Dschungel oder so habe ich jetzt noch nicht gefunden, leider. Ne, auf meinem Weg habe ich auch keinen gefunden. Jetzt zum Thema Katze halt, weißt du. Schwierigkeitsgrad Pussy. Extra für Jason. Was? Wir spielen auch normal, du Pussy. Tyranton. Der Goldspieler. Möchte gern. So, hier ist dieser Schwarzbaum. Oh Gott. Skelett. Ungeil. Ich glaube, ich hätte fighten sollen, wäre besser gewesen. Oh, es gibt sogar helle Türen. Das wüsste ich ja gar nicht. Sogar die Türen, sogar die Farben. Ja, ja. Sogar die sind angepasst. Cool. Das ist so. Kann man alles anpassen, auf jeden Fall. Hast du mal so ein Birgitur gesehen? Ne. Wie geil die aussieht. Cool. Sogar zu dir zu kommen, auch wenn es übelst gefährlich ist. Aber ja, muss. Könnte man vielleicht ein bisschen anders da. Ups. Der Schwierigkeitsgrad ist auf normal, meine Freunde. Auf normal. Was? Wir haben uns überlegt, auf schwer zu stellen, aber... Hä? Ich glaube... Hast du nicht auf schwer gemacht? Ne. Weil wir auch PvP anhaben und sowas, was du für einen Schaden kriegst, ne? Ja, dafür ist halt das Gute, dafür ist halt PvP an, ne? Ja. Ich meine, wir wollen ja auch mal ein bisschen vorankommen, deswegen habe ich es nicht auf schwer gemacht. Ich denke, es wäre nicht so die gute Idee. Schnauze, Tombi. Aufs Maul, Junge. Oh, ne. Ich höre irgendwas, was mir nicht gefällt. Nein! Okay, alles cool. Ist nur eine kleine Höhle. Nein, ich will nicht in die Höhle runter. So, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Komme ich bald mal zu dir an, oder was ist hier los? Minus 900 und... Ach, du Scheiße. Plus 900. Du bist den falschen Weg gegangen. Ja, ja, net falschen Weg. Ich bin nur ein bisschen falsch abgebogen, aber ist net schlimm. Äh, meine ich ja. Falsch abgebogen. Net schlimm. Das kriegen wir geregelt. Easy peasy. Das klären wir. Aua, Zombie. Du Arschkekse, ey. Mann. So. Oh, ne. Tausend Skelette und ein Creeper. Alles klar. Alles klar. Fuck, Alter. Das überlebe ich niemals. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden. Hilf euch seh nix. Wir müssen hier lang. Ne. Hier lang müssten wir. Richtig. Und in die Richtung ungefähr. Okay. Ist gemerkt. Hab ich zwar eben grad schon mal gesagt und ich bin komplett in die falsche Richtung gelaufen, aber ist ja egal, ne. Muss ja keiner sagen. Ist ja egal. Egal. Leider geil. Genau Tyrone, hast du es erfasst. Oh, 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 oh. Eine Hungerleiste geht runter. Er hat gesagt, schwer ist zu hart für mich, weil da könnte ich gleich AFK gehen. Ich würde ja eh nur sterben. Ok, oben. Passtern.